Das ist das Foto, über das sich gerade so viele das Mauer zerreißen. Scheiße. Okay, warte. Achso, hier. Kannst dich gleich für den Playboy ausziehen. Man muss sich ja nur noch die Nippel dazu denken. Nicht lustig. Weißt du, manchmal, wenn ich echt Bock drauf habe, dann nehme ich sie auseinander. Ich lasse mich auf das Niveau ein, auf deine Sprache, die ziemlich asozial ist und gib halt einen guten Contra.